Blicken wir auf die Corona-Zahlen für Deutschland. Dem Robert-Koch-Institut haben die Gesundheitsämter innerhalb von 24 Stunden 785 neue Fälle gemeldet. Allerdings übermitteln nicht alle Gesundheitsämter am Wochenende neue Infektionen. Insgesamt sind rund 18.300 Menschen positiv getestet. 9.295 sind an oder mit Covid-19 gestorben. Der Reproduktionsfaktor liegt jetzt bei 1,04. Untertitelung des ZDF, 2020